Ja, wir bekommen natürlich hier richtig einen Schlag in die Fresse von der Top 4, wer hätte es gedacht. Und wir haben es erst einmal hier durch die erste Runde durchgeschafft. Eigentlich, wenn man sich so überlegt, unbeschadet, mehr oder weniger. So, der setzt jetzt Käfer-Pokémon ein, den kennt ihr vielleicht sogar, das ist nämlich Koga. War in Pokémon Rot-Blau, Feuerrot-Blatt-Grün noch ein... Was war der da eigentlich noch? Ein... Ein Arena-Leiter, der von der Fuchsania City. Und jetzt ist er halt, wie soll man sagen, besser geworden. Hat viel dazugelernt. Und tritt dann hier auf als Arena-Leiter. Und setzt auch, ähm... Setzt auf Käfer-Pokémon und auf Gift-Pokémon. Damit ich jetzt nichts verwechsel. Der setzt... Gift-Pokémon ein. Gift. Also... Oh-oh. Wir haben leider nichts gegen Gift. So, dann speichern wir das Ganze erstmal wieder. Wenn ich das noch nicht gespeichert hab. Ich hab gedacht, das setzt Käfer-Pokémon ein. Aber ne, das setzt, glaub ich, Gift-Pokémon ein. Das sieht auch sehr nach Gift aus. Also... Ich bin Koga von der Top 4, einem modernen Ninja. Mit herkömmlichen Kampfpraktiken würde ich mich nie zufrieden geben. Für dessen Sieg ist es vor, den Gegner zu verblühten, dann zu vergiften. Die gefürchten Attacken meiner Pokémon sind äußerst anpassungsfähig. Kraft alleine macht doch kein gutes Pokémon. Und genau diese Lektion werde ich dir nun erteilen. Ja, jetzt muss ich natürlich ein bisschen umdenken. Hm. Der ist ja gar nicht da. Achso, jetzt bin ich noch da. So. Adiados ist aber auch ein Käfer. Das ist ja das Schöne daran. Käfer sind meistens giftig. Und Psychoattacken, wissen wir, bringen ja auch etwas. Gegen diese Teile. Wenn auch nur etwas. Okay, Bulette muss... Ja, ich sag's mal so. Ich begründe es damit, dass Bulette verstärkt werden muss. Okay, Forstelker. Ich wusste gar nicht, dass das Gift ist. Also, ich begründe das mal damit, weil er wird nämlich eine zentrale Rolle spielen in unserem letzten Kampf gegen den Obermacher. Warum geht jetzt alles daneben? Scheiße. Ja, Giftspitzen macht jetzt noch nichts. Erst, wenn wir das Pokémon wechseln. Glücklicherweise. Ja, ich weiß, ich schiebe mich hier irgendwie ein bisschen voran. Das können wir uns gegen Slimeoog leider nicht. Gegen Slimeoog muss uns was anderes einfallen. Ich glaube, Bodenattacken sind da ganz gut. Und da kenne ich... Ich kenne da zufälligerweise einen Experten auf diesem Gebiet. Ja, und jetzt seht ihr das Giftstacheln. Sorgen halt dafür, dass der Boden leider nicht mehr so sicher ist. So, und wir sind jetzt etwas schneller dran, weil das ist ja nur ein Klops. Jawohl, ich hatte recht, aber es gibt halt kein Step und deswegen ist die Attacke nicht so stark. Fluchtwert steigt. Also ich habe da was dagegen. Ah, Giftschleim. So ein Nies dabei auch. Warum wird das Distal die Attacke ab? Mülltreffer geht daneben. Cool. Ja, ich sag's nicht gerne, aber das ist auch so ein unangenehmes Pokémon. Das kann einem ziemlich auf den Sack gehen. So, wäre schön, wenn die Attacke es jetzt beendet. Ja, aber ich glaube, es wird mit einem Kp oder so, mit zwei, drei Kp überleben. Wegen dem blöden Giftschleim. Ansonsten hätten wir es schon längst vollbracht. Ach, gut, es hat auch so geklappt. Da möchte ich mich beschweren. Seht ihr, Erdbeben macht halt den Unterschied aus. So, jetzt kommt hier X-Bud. X-Bud besiegen wir am besten mit einer Eisattacke. Ich habe gar nicht gewusst, dass das alles Gift-Pokémon sind. Ich habe immer gedacht, das sind Käfer. So, jetzt haben wir mit 1138 mittlerweile unser stärkstes Pokémon, welches nicht hoch ist. Ich spalte meine Nerven nicht damit, Koga. So, wie viel das jetzt bringt, da bin ich nochmal gespannt drauf. Ja, wenigstens die Hälfte von denen ist Musik, aber jetzt kommt halt die blöde Citrobeere. Ja, erstmal einen Bodycheck einsetzen, damit die Citrobeere auch schön verdaut ist. Ah, Mist. Ja, wir haben ja immer noch Alternativen. Fünf Alternativen, um genau zu sein. Also, es ist noch keiner gefallen. Olympus hasn't fallen. Ja, das ist mit unserem letzten Feuersturm ein. Zick, 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 zick. Du, 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 du. Many, many, many. Aber ich denke mal, dass das reicht. Wir müssen jetzt schon die ersten AP-Auffüller wieder einsetzen. Oder jetzt, oder die ersten AP-Auffüller einsetzen, nicht wieder, weil wieder wäre ja gleich zu setzen mit. Die haben wir schon mal eingesetzt. Oh, Motte. Oh, Motte. Nur noch eins. Das war nur der Anfang meiner Trumpfkrater. Das war der Trumpfkrater. Meine Güte, wie habe ich den gerade vorgelesen? Ich kann den irgendwie nicht richtig vorlesen. Was ist das? So, ich muss Step drauf geben und das... Sehr gut. Ja. Erster Erfolg. Erster richtiger Erfolg gegen diese Truppe hier. Ja, du hast dich als würdig erwiesen. Ich habe mein gesamtes Arsenal an dir verpulvert, aber trotzdem verloren. Ich muss noch ein Training in Zukunft mit sehr viel... Na ja, nur drittert im nächsten Raum. Es könnte sein, dass das schwieriger wird. So. Perfekt. Den Top-Beleber setzen wir noch nicht ein. Wir haben noch 18 Beleber. So, wir haben nur einen einzigen verloren. Das heißt, wir müssen ja nur einen einzigen nachfüllen. Einen einzigen wieder versorgen. Einen gefallenen Krieger. Und lasst uns aufstehen, macht euch auf den Weg an alle Krieger des Lichts. Das ist so ein Lied von Silbermond, welches ich nicht so furchtbar beschissen finde. Ich finde es halt nur so scheiße, weil die Arbeit auch kommt mit... Ja, die sozialen Missstände in unserer Gesellschaft müssen als ein Lied verarbeitet werden, als ob das nicht schon YouTube getan hätte. Und, ja, und schleckt mich am Arsch. Und, nee, so nicht. Füllt die AP aller Attacken auf. Das bringt bei Hoho relativ wenig. Andererseits, was scha... Was? Tut es einen Schaden? Das schadet uns gar nicht. So. Next room, please. And next opponent, please. So. Save nochmal geschwind. Der setzt keine Feuerpuppen ein. Den kennt man sogar noch von der guten alten Kanto Top 4. Und da brauchen wir es auch Hoho. Hoho folgens komischerweise gar nicht. Ist wahrscheinlich zu groß. Ich bin Bruno. Einer von den Top 4. Ich glaube fest an das Potential meines Teams und trainiere Tag ein, Tag aus. Bis ich vor kurzem vor dem Unfall... Umfallen stehe. Achso, ich hatte gedacht, er hat einen Unfall. Denkst du etwa immer noch, du könntest einen Sieg gegen mich erringen? Haha, das scheint sich an der Sache ja extrem sicher zu sein. Sehr schön. Du bist ein würdiger Gegner für mich. Los geht's. Du sollst deine grenzlosen... Du sollst meine grenzlose Macht spüren, LP. Ja, dann... Entfessle deinen Zorn, Bruno. Ja, und das ist also so ziemlich das Problem, weswegen dieser Kampf höchstwahrscheinlich langweilig wird. Bis auf eine einzige Sache. Wegen Onyx, was auch immer das mit dem Kampfdokémon zu tun hat. Ja, jetzt kommen wir hier bis schon zu einem Problem, aber das ist gut. Dann bekommen wenigstens andere Leute auch mal die Chance, hier zu zeigen, was sie drauf haben. So, komm erst mal an mir vorbei mit deiner Kampfattacke, die du jetzt doch hammermäßig einsetzen wirst. Nicht so. Ja, die Attacke hab ich vollkommen vergessen, aber ich glaub, die bringt gar nicht so viel bei Pokémon und bei denen sie... Ja, ist gut so. Im Gegensatz zu dieser Attacke, die dich zerstört... Und verstört. So, Nocchan, das ist... Ein Zeichen für den Wechsel. Ich bin schon gespannt, ob wir auch dieses Pokémon bringt. Auf jeden Fall ziemlich interessant. So, jetzt müsste hier gleich jemand reinkommen. Merke ich zumindest. Wir könnten eigentlich auch jetzt hier Sondersensor einsetzen, dann müssten wir gar nicht so lange warten, aber... Ich will nichts riskieren. Ja, Mist. Ja, das ist natürlich auch so ein Fall, den ich gerne vermieden hätte. Ja, können wir vielleicht den Park pünktlich beenden, wäre auf jeden Fall schön. Wenn das so koordiniert wäre, wenn das so auf mich abgestimmt wäre, auf meine Bedürfnisse. Ja, also da war der erste Glatt der schwierigste, aber der hatte ja auch dieses asoziale Pokémon, dieses Arschgesicht namens... Ich weiß gar nicht, wie man den nennen soll. So, da hat sich unser schwächstes Pokémon innerhalb von kürzester Zeit zum stärksten entwickelt. Das ist... ...interesting. Oh Gott, jetzt geht hier gleich das Licht aus bei meiner Kamera. Das hasse ich. Das erwischt uns trotzdem, das hasse ich auch. Ähm, kurze Unterbrechung, Leute. So, dann erledigen wir das geschwind noch, weil ich muss den Partner unbedingt beenden. Nicht, dass er überzogen ist, aber die Kamera meint mal wieder, sie müsse getrennte Wege gehen. So, ich glaube, der kann gegen uns keine Kampfattacken einsetzen. Gut, das ist eigentlich eine relativ bescheuerte Idee, weil der kann ja auch... ...ähm, Stein hakeln und so. Das ist nicht so toll. Aber wir überleben es und das ist cool. Ja, das ist wunderschön. Warum auch immer ich das jetzt singen muss, aber... ...ihr wisst ja, die Musik... ...ist mehr als eine Passion. Das ist Frucht, ne. Ja, vielleicht der härteste Brocken in dieser gesamten Auswahl. Aber wir können ja Sondersensor einsetzen und das ist auch cool. Das muss ich erst mal nachmachen. Das überleben wir keinen Zentimeter, komischerweise. Auf geht's, Ackerei. Okay, Kreuz, hier, Bist. Meint er plötzlich Alternativen finden zu müssen. Und das überleben wir, cool. Ich sag da immer wieder cool, weil ich's auch cool finde. Prinzipiell. Der Principal Falsen. Oh, Vergeltung. Kein Stein hakelt, ist doch so effektiv gegen Akai. Naja. Muss schnell machen, sonst geht die Kamera wieder leer. Oder sonst schwingt jetzt der Akku. Dann ist die Akkuleistung nicht mehr von Genüge. Ja, der kann noch Stein hakelt, der Arsch. Komm, überleb. Überleb, 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 überleb. Na, 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 na. Nee. Ja, halt durch, nein, nein, das ist ein gutes Stichwort. Gute machen's mal so, da ich mir, da ich überzeugt bin, dass er das jetzt plätten wird. Mit nem Steinhagel. Wie ich das immer wieder vorhersehe. Doch, das überlebte sogar, ja, na, 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 na. Das ist nicht das. Komm, das muss jetzt nichts sein. Mach' mal Blitz. Ja. Weil das wird reichen. Das schwör ich euch. Der Mr. Supermucki-Man. Leider hat's auch dieses Mal nicht gereicht, uns zu Fall zu bringen. So, Kigli, letztes Pokémon. Let's go. Der ist wieder schwächer. Hau ordentlich rein! Wir sind jetzt Freunde zählen auf dich. Ach man, warum macht der so eine Scheiße noch mit uns? Muss ja durchkommen. Ich habe keine Zeit mehr, mein Guter. Mein Guter. Mein Gutes-Torch. Komm, mach es hoch, ist nicht mehr verwirrt und dann ist alles gut. Ah, nee, ist verwirrt. Jetzt müssen wir erst mal, die erste Phase haben wir überstanden. Jetzt muss noch die zweite Phase durchkommen. Okay, das ist sehr positiv. Und jetzt fliegen halt sehr gut. Ja. Ich glaube, das reicht. Ist ja sowieso schon vorgeschädigt. Jawoll. So, Leute, dann werde ich den Part haben. Tatsächlich geschafft, zwei von denen zu besiegen. Und im nächsten Part geht's hoffentlich genauso erfolgreich weiter. Warum? Wie konnte ich nur verlieren? Ja, ich habe verloren. Und damit auch kein Recht, weiter mit uns zu sprechen. Gehen wir in den nächsten Raum. Also, Leute, danke, dass du es so kurz gehalten hast. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Haltet die Ohren steif. Letztes der Viermitglied. Vielleicht sogar schon der Champ. Ich weiß nicht, was da noch alles auf uns zukommt. Auf jeden Fall auf uns zukommen. Aber in diesem Part nicht mehr. Tschüss. Ich weiß nicht, was da noch alles auf uns zukommt.